die stehhöhe also ich bin 1 meter 84 groß und habe noch eine handbreit über dem kopf platz sieht man auch wie schön es von innen ist das ist eben wie gesagt nagelneu das war was ich eben schon mal erklärt habe das vordere fenster was man rausnehmen kann sieht man hier ja dann kann man den hinteren teil nach hinten wegklappen den vorderen teil kann man dann stehen lassen oder auch wegklappen so wie man es eben möchte hinten ja dann haben wir dort seiten ablagen für taue was auch immer hier unten drunter ist noch ein großes fach da mache ich auch mal da kann man fänder und so was alles rein legen dann machen wir mal die kajüte eben auf